Lange habt ihr gewartet, doch das Warten hat jetzt ein Ende. Ab dem kommenden Jahr 2019 wird es etwas geben, das es so bisher noch nie gab. Die Teams der Animako und der MMC schließen sich zusammen, um gemeinsam für euch ein neues Projekt zu starten. Eine der größten Anime- und Manga-Conventions in Deutschland, direkt in der Messe Berlin. Mit über 16.000 Quadratmetern für über 25.000 Besucher präsentieren wir euch die Max. Musik 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 Das war's. 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 Das war's.